Mein Lieblingsspiel ist der Dominik Thiem, aber ich finde, dass Juri Rodenow einen Schuss verdirrt hat, dass er da antreten darf. Da unten darf ich viel gerne spielen. Ich arbeite noch an meinem Aufschlag. Der Davis Cup da in Salzburg ist ein Tennisfest der Sonderklasse. Wir freuen uns riesig, dass wir Veranstalter sein dürfen und ich habe natürlich vor, dass ich dieses Event dazu nutze, dass wir im Tennissport für Salzburger einiges weiterentwickeln können. Darum haben wir heute die ganzen Jungen zusammengebracht mit unseren Profis. Die haben sich jetzt gerade Autogramme geholt und ich bin sehr zuversichtlich, dass da der eine oder andere dabei ist, der mal für Salzburg selber dann die Tenniskarriere anstrebt.